Ihr habt Bock auf Automatisierung? Dann seid ihr bei JUMO genau richtig. Hier ist wieder der Michael und jetzt legen wir los mit dem JUMO Varitron 500 Front Display. Heute schauen wir uns die Benutzeranmeldung etwas genauer an und welche Untermenüs uns dann zur Verfügung stehen. So, jetzt sind wir live im System auf unserem JUMO Varitron 500. Wir können sehen, wir sind nicht angemeldet. Wir haben hier ein Zunes-Schloss. Das wollen wir jetzt mal ganz schnell ändern. Dazu rein ins Untermenü in die Benutzerverwaltung. Hier anmelden. Hier ist der Master hinterlegt. Das ist der standardmäßig angelegte Benutzer. Der Master bin in dem Fall ich. Ich gebe jetzt hier einfach noch mein Benutzerkennwort ein. In dem Fall ist das kein Geheimnis. Dies steht auch in unserer Betriebsanleitung. Nach erfolgreicher Anmeldung sehe ich nun, das Schloss ist geöffnet. Und jetzt schauen wir uns mal gemeinsam an, wie sich die Untermenüs verändert haben. Immer sehen wir noch die Benutzerverwaltung. Wir sehen immer noch den Systemzustand. Ein neues Untermenü ist hinzugekommen. Die Konfiguration. Wir sehen weiterhin die Geräteinfo. Und weiterhin das Untermenü Service. Ja, jedoch ist nicht nur ein neues Menü hinzugekommen. Als Master habe ich nun auch die Möglichkeit, bzw. die hinterlegten Rechte, den Systemzustand zu verändern. Das könnt ihr natürlich dann für jeden, der Benutzer, den ihr anlegt, entsprechend festlegen. Aber ich als Master könnte nun hier unser System in den Run, in den Stop versetzen oder ein Reset durchführen. Wir belassen den Varitron natürlich im Run. Der soll immer weiterlaufen und seinen Job machen. Okay, dann schauen wir uns mal an, was im Untermenü Konfiguration so alles möglich ist. Wir haben hier den Gerätemanager. Wir haben hier Ethernet-Einstellungen, den Webserver und die System-Zustands-UI. Wir schauen uns das mal von oben an. Gerätemanager. Gibt es Geräteeinstellungen, Gerätebezeichnungen oder ich kann auf die Zeitzone ändern. Ja, Geräteeinstellungen. Vielleicht hier ein ganz interessanter Punkt. Ich kann hier die Gerätesprache ändern. Momentan ist hier natürlich Deutsch eingestellt. Ich kann dann hier zwischen den verschiedensten Sprachen wählen, die entsprechend hinterlegt sind. Wir belassen das mal bei Deutsch in unserem Beispiel hier. Gehen zurück. Schauen uns nochmal einen weiteren interessanten Punkt an. Das ist die Gerätebezeichnung. Hier kann ich zum Beispiel neuen Gerätenamen hinterlegen oder den DNS-Namen verändern. Okay. Im Bereich Ethernet stehen mir dann ganz viele Möglichkeiten zur Konfiguration zur Verfügung. Wir schauen hier kurz rein. Hierzu werde ich aber ein eigenes Video machen, wo ich dann diese Änderungen etwas genauer zeigen werde. Hier kann ich entsprechende Webserver-Einstellungen vornehmen. Und im Bereich System-Zustands-UI kann ich zum Beispiel unseren Bildschirm-Schoner einstellen. Ja, das soll es auch gewesen sein. Ich denke, ein kleiner Einblick, was nach Anmeldung des Benutzers im Front-Display alles möglich ist. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich gerne Daumen oben da lassen. Bis nächstes Mal. Ciao und euch einen tollen Tag. Ciao, ciao. Vielen Dank.